Sieh mal ein Tag, was ist denn hier? Sag mal, wie siehst du denn du aus? Mama, was ist für Schuhe von mir? Bist du auch mein neues Adidas-Outfit? Outfit? Dafür kriegst du Taschengeld von mir? Also nee, in Deutschland müssen wir das Taschengeld kürzen. Hä, ich verstehe und macht meine Mama gegen mein Ausgut. Bist du auch ein Adidas-Outfit? Hab ich ja gesagt, oder kaum? Also nee, typisch deutsch. Du blamiere ich mich am ganzen Strand. Was? Ich bin dir also peinlich. Ich stelle dir was peinliches. Oh Gott, also nee, das war zu viel. Ich geb dich zur Adoption frei. Oh, geil, darfst du nicht ziehen?